Die Hermetik bezeichnet eine in der Antike wurzelnde religiöse Offenbarungs- und Geheimlehre. Der Name geht zurück auf die sagenhafte Gestalt des Hermes Trismegistos, einer im ägyptischen Hellenismus entstandenen synkretistischen Verschmelzung des griechischen Gottes Hermes und des ägyptischen Gottes Tod, der als Verfasser der sogenannten hermetischen Schriften und als Urvater der Alchemie gilt. Als Hermetik im engeren Sinn bezeichnet man die Strömungen, die in unmittelbarer Tradition der antiken Hermetik stehen. Im weiteren Sinn ist Hermetik ein Synonym für Alchemie und okkult-esoterische Lehren überhaupt. Die Hermetik beeinflusste das naturwissenschaftliche Weltbild bis in das 17. Jahrhundert hinein und prägte den abendländischen Okkultismus. Hermetisches Schrifttum – Herkunft Die überlieferten hermetischen Schriften oder Hermetiker sind zwischen dem 1. und dem 4. Jahrhundert nach Christus entstanden. Sie sind meist auf Griechisch verfasst oder wurden in den ersten Jahrhunderten ins Griechische übersetzt. Das ist allerdings nur der Zeitraum, in der die Schriften zu der heute überlieferten Gestalt gefunden haben. Wie weit und wohin die Wurzeln der darin enthaltenen Lehren reichen, darüber besteht keine Einigkeit. Man hat ihr Elemente altägyptischen, jüdischen und persisch-schildäischen Glaubens sowie platonischer, neu platonischer und stoischer Lehren darin ausmachen können, über die Gewichtung der genannten Anteile besteht allerdings kein Konsens. Hermes Trismegistus – das besondere Ansehen der hermetischen Schriften beruhte auf dem Glauben, dass es sich um Zeugnisse uralten Wissens handele. Da man den sagenhaften Verfasser zumindest für einen Zeitgenossen des Mose hielt, womöglich sogar für einen Vorgänger. Diese Ansicht wurde gestützt durch Cicero, der in De Natura Deorum einen ägyptischen Merkur mit dem Gott Tod identifizierte, der den Ägyptern lange vor den Griechen und Römern die Schrift und Gesetze gebracht habe, über sich der überlieferten Texte. Über Zahl und Umfang der verlorengegangenen antiken hermetischen Schriften lässt sich nur spekulieren. Manetro und Iambelitius von Chocis erwähnen Hermes bzw. Tod als Verfasser von 35.625 Büchern. Clemens von Alexandria zählt in den Stromata 42 Bücher des Hermes auf. Die für den ägyptischen Tempeldienst als unentbehrlich bezeichnet wurden, die überlieferten Texte sind im Wesentlichen folgende. Das Corpus Hermeticum, eine Sammlung von 18 hermetischen Traktaten. Der Asklepius-Dialog, der Dialog zwischen Hermes und seinem Sohn, der zusammen mit den Werken des Apuleius von Madauros überliefert wurde. Da man diesen für den Übersetzer der verlorengegangenen griechischen Vorlage hielt. Die Tabula Smaragdina, die großen Einfluss auf die Alchemie hatte. Die Exzerpte des Stobaios, eines Gelehrten aus dem 5. Jahrhundert. Der für seinen Sohn Septimius eine Sammlung von Zidarten und Exzerpten zusammenstellte. Darunter einige teils umfangreiche aus hermetischen Schriften. Punkt. Als Teil der N.A.G. Hammer die Schriften überlieferte hermetische Texte. Von den Kirchenvätern Tertalein, Lactantius Clemens von Alexandria und Augustinus von Hippo überlieferte Zitate und Fragmente, sowie die hermetischen Definitionen, die in einer armenischen Übersetzung des 6. Jahrhunderts überliefert sind. Punkt. Außerdem finden sich kleinere Fragmente hermetischer Schriften bei Papyrus-Funden oder sie werden in Archiven und Bibliotheken entdeckt. Im Gegensatz zu diesen philosophisch-theologischen Hermetika gibt es eine relativ umfangreiche Gruppe von Schriften, die heute als technische Hermetika bezeichnet werden. Gegenstand dieser Schriften sind medizinische, astrologische, alchemistische, aber auch direkt chemisch-metallurgische Themen. Oft handelt es sich wohl um eine reine Zuschreibung an Hermes Trismegistos. Beispiel für Schriften dieser praxisorientierten Hermetik sind Das Buch über die 36 Dekane, ein vermutlich aus dem 1. Jahrhundert stammender astrologischer Text. Das Centiloquium Hermetis, eine sehr populäre astrologische Aphorismensammlung. Von der über 80 Manuskripte sowie mehrere Drucke aus dem Zeitraum zwischen 1484 und 1533 erhalten sind oder Die sogenannten Kyraniden, ein medizinisch-astrologischer Text, die hermetischen Texte über Alchemie, wie Z. B. Das Werk des ägyptischen Alchemisten Zosimos aus Panopolis, welches in arabischer, lateinischer und griechischer Übersetzung erhalten ist. Ein neuzeitliches Werk, das beansprucht, in der hermetischen Tradition zu stehen, ist das sogenannte Kybelien. Die Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam besitzt die weltweit größte Sammlung hermetischer Schriften. Wirkungsgeschichte Die hermetischen Schriften hatten erheblichen Einfluss auf griechische und jüdische Schriftsteller in Alexandria, auf die Kirchenväter, auf islamische Schriftsteller sowie europäische Autoren des 11. Jahrhunderts bis zur heutigen Zeit. Bedeutende Gelehrte wie Clemens von Alexandria, I. M. Belichius, Pythagoras und Platon haben ihre Philosophie von der Hermetika abgeleitet. Zahlreiche Kirchenvätern, darunter Justin der Märtyrer, Lactantius, Quodvulteus, Tertalein, Kyprianus, Clemens von Alexandria, Arnobius, Ephraim der Syrer, Dedymus der Blinde und Kyrie von Alexandria, lobten die hermetische Philosophie, weil sie darin Übereinstimmungen mit den christlichen Lehren fanden. Einige wie Kyrie von Alexandria setzten die Texte in Beziehung zu den Mosesbüchern. In Hinblick auf das Alter waren die Kirchenväter sich uneins, ob die hermetischen Lehren jünger oder älter als die Lehren des Moses waren. In seinem apologetischen Werk Divinarum Institutionum Libri VII versucht Lactantius, die Wahrheit des Christentums anhand der Schriften heidnischer Dichter, Philosophen und göttlicher Zeugen zu untermauern. Hierbei nimmt Hermes Trismegistus noch vor den Sibülen und den apollinischen Orakeln eine prominente Rolle ein. Lactantius zitiert Cicero's Textpassage über den ägyptischen Merkurius und führt diesen daraufhin als Zeugen für die Existenz des einen höchsten Gottes an, womit nicht nur Autorität und Alter der hermetischen Schriften für die kommenden Jahrhunderte beglaubigt wird, sondern auch der Weg für eine christliche Interpretation des Corpus Hermeticum gebahnt ist. Gelehrte des Islam haben Tod Hermes mit dem Propheten Idris gleichgesetzt. Der arabische Philosoph Al-Kindi soll hermetische Schriften über die Einheit Gottes gesehen haben, wobei er hinzufügt, dass er als muslimischer Denker es nicht besser hätte ausdrücken können. Der Sabir Tabit Ibn Khura verfasste auf syrisch und arabisch ein Buch über die Gesetze des Hermes. Sein Werk De Imaginibus hatte großen Einfluss im Mittelalter und der Renaissance. Durch den ägyptischen Sufi Dheun nun al-Misri bekam die Hermetik Einfluss auf den islamischen Sufismus. Das Werk Fustus al-Hikam vom Sufi Ibn al-Arabi weist starke Gemeinsamkeiten mit der fünften Abhandlung vom Corpus Hermeticum auf. Deutliche hermetische Einflüsse finden sich auch in Ibn al-Arabis Werk al-Futu had al-Makiyah. In den Episteln der Brüder der Reinheit und in der Philosophie der Erleuchtung von Surewadi, Die während der Fatimiden Zeit aufblühende und von Saladin verbotenen ismailitische Literatur war teilweise hermetisch und plotinisch beeinflusst. Namhafte Hermetiker, Jabir Ibn Ayan, islamischer Naturwissenschaftler des 8. Jahrhunderts und Schüler des 6. Imam, Arnaldus Devilanova, Tempelritter, Arzt und Alchemist, veröffentlichte einen lateinischen Text der Tabula Smaragdina. Marsilio Ficino, Übersetzer des Corpus Hermeticum ins Lateinische. Giovanni Pico della Mirandola, der die Lehre der Hermetik mit der Kabbala verband. Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, Autor von De Occulta Philosophia. Paracelsus, Arzt und Metaphysiker. John D. E. E., Mathematiker, Astrologe und Esoteriker. Franz Badon, Okkultist, Heilpraktiker.